Es ist heiß im Allgäu in diesen Tagen und morgen legt der Sommer sogar noch einen drauf. In diesem Sinne einen schönen guten Abend und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu den ATV Nachrichten. Heute haben wir diese Themen für Sie. Nach dem Allgäu Airport Urteil. Positive Entwicklung oder Geldverschwendung? Flüchtlingsunterkünfte gesucht. Landrat Elmar Stegmann ruft zu Solidarität auf und mit dem Pinsel gegen die Tristesse. Altersrieder Schüler geben ihrem Schulgebäude ein neues Gesicht. Das Urteil ist gefallen. Der Allgäu Airport kann ausgebaut werden. Sämtliche Klagen gegen Ausbau der Start- und Landebahn und Flüge bis nach 22 Uhr wurden vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof abgewiesen. Jetzt beginnen beim Flughafenbetreiber die Planungen. Aber es formiert sich neuer Widerstand. Es geht um die Grundstücke rund um den Flughafen. Große Teile davon sollen von den Landkreisen und kreisfreien Städten gekauft werden. Für die Gegner des Ausbaus ist das Verschwendung von Steuergeldern. Wir haben uns beide Seiten angehört. Schwarze Zahlen sind nicht gerade das, was man als allererstes mit dem Allgäu Airport verbindet. Im Gegenteil. Nach eigenen Angaben hat der Regionalflughafen rund 12 Millionen Euro Schulden. Probleme, die auch der Airport selbst nicht leugnet. Um die zu lösen, hat man sich jemanden mit Einfluss ins Boot geholt. Ex-Landrat Gebhard Kaiser. Er will auf den Flächen rund um den Airport Gewerbe ansiedeln. Das Gelände rund um den Flughafen ist riesig. Es soll über eine Besitzgesellschaft an die Allgäuer Landkreise und kreisfreien Städte verkauft werden. Das bringt Geld in die Klammenkassen. Hier geht es beim Ausbau darum, dass sich auch der Freistaat Bayern beteiligt. Und bei der weiteren Entwicklung des Gewerbes, dass die Kommunen im ganzen Allgäu mit dabei sind. Nämlich die vier Landkreise und die drei kreisfreien Städte, um in diesem Potenzial Gewerbe auch anzusiedeln, das vielleicht beim ein oder anderen Gebiet nicht möglich ist. Es dient natürlich auch dazu, dass der Flughafen und die Flughafengesellschaft nicht noch weitere Darlehen aufnehmen muss beim Ausbau. Und so vielleicht aus den roten Zahlen kommt. Hört sich erstmal ganz gut an. Kaum genutztes Gelände wird verkauft. Für den Flughafen kommen so über 8 Millionen Euro zusammen. Finanziert würde das alles aber aus Steuergeldern. Und das gefällt vielen natürlich nicht. Einer von ihnen ist Dieter Buchberger. Der Memminger Stadtrat ist aktiv in der Bürgerinitiative Bürger gegen Fluglärm. Er will die Käufe rechtlich prüfen lassen. Denn wir kaufen Grundstücke, die der Flughafen braucht. Zum Beispiel die Parkplätze. Die wird er auch weiterhin nutzen. Und wird uns eine Pacht zahlen, die völlig verschwindend gering ist. Außerdem handeln uns der Altlasten ein. Das heißt, der Airport würde dann gerade stehen, wenn wir bezahlen müssten. Nur war der Airport ja dieses Jahr nahezu insolvent. Insofern denke ich, dass die Allgäuer Gebietskörperschaften, wenn sie jetzt tatsächlich in diese Gesellschaft einsteigen, die diese Grundstücke kaufen soll, nicht treu mit dem Geld ihrer Bürger umgehen. Das sehen die betroffenen Landkreise und kreisfreien Städte natürlich anders. Memmingens Oberbürgermeister Ivo Holzinger ist von dem Konzept überzeugt. Veruntreuung von Steuergeldern sieht er nicht. Indirekt wird der Flughafen sicher dadurch unterstützt, weil er von bestimmten Lasten freikommt. Das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite ist in der heutigen Zeit, wo doch klar ist, dass unsere 350.000 Quadratkilometer, die die Bundesrepublik Deutschland hat, dass die nicht vermehrbar sind. Da ist es doch notwendig, gerade dass auch die Kommunen für die zukünftige Entwicklung Grundstücke erwerben. Und hier ist es uns möglich gewesen, diese zu erwerben. Und die werden wir gemeinsam mit der Gemeinde Memminger Berg, so wollen wir es im Grunde haben, im Rahmen eines interkommunalen Gebietes weiterentwickeln. Das kommt dann letztlich allen zugute. Die 8,2 Millionen Euro aus den Grundstücksverkäufen sind eine willkommene Finanzspritze für den gebeutelten Regionalflughafen. Für Dieter Buchberger werden hier Steuergelder versenkt. Wir werden hier verkackeiert. Und das finde ich eigentlich schäbig, was hier abgeht. Natürlich, der Flughafen ist in Not. Der müsste sonst, wahrscheinlich, der Herr Kaiser hat es ja gesagt, wenn wir nicht zahlen, gehen am Weihnachten die Lichter aus. Der würde wahrscheinlich Insolvenz anmelden müssen, weil er jetzt auch dieses Altlastenthema hat. Das muss er als Vorsorgemaß in die Bilanz einstellen. Und damit dürfte der Insolvenztatbestand erfüllt sein. Und jetzt muss er den eben mal kurz retten. Nur finde ich es absolut unlauter, wie das jetzt gemacht wird. Bund Naturschutz, Bürger gegen Fluglärm, die Unterallgäuer SPD, Grüne und ÖDP haben sich zusammengetan. Das sogenannte Bündnis für verantwortlichen Umgang mit Steuergeldern hat schon begonnen, in Memmingen und im Unterallgäu Unterschriften für ein Bürgerbegehren und gegen den Ankauf der Flughafengrundstücke zu sammeln. Was Landrat Hans-Joachim Weirater dazu sagt und wie die Flughafenleitung reagiert, das sehen Sie heute Abend in unserem Magazin aus dem Unterallgäu und Memmingen. Unser Regionalmagazin aus dem Unterallgäu und Memmingen sehen Sie heute Abend um 19.45 Uhr, 20.45 Uhr und um 22.30 Uhr. Das Magazin wird auch danach noch wiederholt. Die genauen Sendedaten finden Sie in unserem Programmschema unter www.allgäu-tv.de. Wir sind gleich zurück mit ATV Kompakt und den Kurznachrichten. Seit heute ist es soweit. Der XXX-Lutz in Kempten hat geöffnet. Und das Restaurant natürlich auch. Und das musste bereits vor der Eröffnung eine Art Stresstest bestehen. Also wir haben im Vorfeld festgelegt, dass wir unsere Mitarbeiter bekochen. Das heißt, zwischen 12 und 14 Uhr werden die Mitarbeiter bei uns zu einem deutlich vergünstigten Preis bekocht. Einfach um das Restaurantteam ein bisschen zu testen, um die Abläufe zu optimieren, sodass wir einen absolut reibungslosen Ablauf haben bei uns im Restaurant. Fisch, Fleisch, frische Salate, natürlich Kaffee und Kuchen und auch Snacks für zwischendurch. Alles frisch zubereitet. Hier arbeitet ein eingespieltes Team. Küche und Service, Hand in Hand. Das ganz Besondere bei uns ist auf jeden Fall die Glasfront. Wir haben ein komplettes Panorama-Restaurant mit Blick auf den Gründen. Super, absolut wunderschöner Weitblick. Und wir sind ein Bedienrestaurant. Das heißt, jeder Kunde wird tatsächlich bedient bei uns. Und das relativ zügig, damit wir sie glücklich machen können. Die XXXLutz-Mitarbeiter jedenfalls fühlen sich hier wohl. Leckeres Essen, nachhaltig und frisch zubereitet. Und dann noch alles am Tisch serviert. Und genau das gibt es in den meisten anderen Möbelhäusern nicht. Das ist uns ungemein wichtig, dass wir dem Kunden das Essen direkt an den Tisch bringen. Also für mich ist, wenn der Kunde das Möbelhaus besucht und einen Abstecher bei uns im Restaurant macht, der muss zufrieden aus unserem Möbelhaus rausgehen. Also das ist für mich das absolut Wichtigste. Darum war auch gar nicht lang die Entscheidung, wie wir es machen. Wir haben gesagt, vom ersten Moment an, das war ein Bedienrestaurant. Wir wollen Service und Qualität nicht nur im Möbelhaus, als auch bei uns im Restaurant. Seit heute ist das Restaurant für jedermann geöffnet. Die XXXLutz-Mitarbeiter waren gute Ersatzgäste. Stresstest bestanden. Na super. Es war so toll. Und spannend. Wir hatten Spaß und Action. Und jetzt... Aber wir kommen wieder. Ganz bald. Zum 4-Stern-Superior-Hotel Lackenhof. Dem Schlosshotel in Flachau im Salzburger Land. Lebenswert und lebenswert. Wie unser Oberallgäu. So bauen wir Zukunft Wohnen in Sonthofen. Arzt, Apotheke, Einkaufsmöglichkeiten sind um die Ecke. Bauausführung und Ausstattung mit einem Blockheizkraftwerk. Erwerben Sie sicheres, wertbeständiges Wohneigentum in Sonthofen. Alle Infos unter haus-heim.de Und das sind die Meldungen vom Donnerstag, den 16. Juli. Die Busfahrer des Regionalverkehrs Allgäu streiken noch bis morgen früh 3 Uhr. Betroffen sind unter anderem die Standorte Kempten und Oberstdorf. Die Gewerkschaft EVG hatte zu dem 24-Stunden-Streik aufgerufen. Sie verhandelt seit April 2014 mit den Arbeitgebern über höhere Einkommen für die insgesamt rund 800 Beschäftigten. Trotz intensiver Verhandlungen konnte auch heute keine Einigung erzielt werden. Man habe der Gewerkschaft ein neues Angebot unterbreitet, heißt es von Seiten der Bahn. Das habe die EVG aber abgelehnt. Der Umbau der Lindauer Inselhalle hat begonnen. Das Gelände ist bereits großflächig durch einen Zaun abgesperrt. Aktuell werden vor allem im Inneren der Halle die Abrissarbeiten vorbereitet. Das Gebäude muss entkernt werden. Außerdem muss der in den 70er Jahren verbaute Asbest entsorgt werden. Mittlerweile liegen auch die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen vor. Die Bohrungen neben der Halle hätten bestätigt, dass dort Altlasten vorliegen. Als Folge muss für die Erweiterung der Inselhalle und das Parkhaus mehr Boden ausgehoben werden als zunächst geplant. Im Bereich des geplanten Stadtplatzes wird der Boden unangetastet bleiben. Am letzten Tag vor Ablauf der Frist ist der Bauantrag für das geplante Fachmarktzentrum am Vorrettle bei der Stadtkaufbäuerin eingegangen. Der Antrag wird nun überprüft. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob dem Bebauungsplan und dem Durchführungsvertrag entsprochen wurde. Wie berichtet, hat der Investor angekündigt, aktuell keinen Anbieter für Elektrogeräte als Mieter gewinnen zu können. Ein solches Angebot wurde bislang als Magnet für das Fachmarktzentrum angesehen. Stattdessen sollen nun Sportartikel verkauft werden. Das ist eigentlich nicht zulässig. Die Freien Wähler und die Grünen fordern deshalb eine neue Überprüfung des Projekts im Stadtrat. Das könnte aber erst nach der Sommerpause geschehen. Die Bundespolizei hat einen 40-jährigen Schweizer am Lindauer Bahnhof festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen der Einfuhr von Betäubungsmitteln vor. Das Amtsgericht Konstanz hatte den Schweizer schon im Januar 2013 wegen eines Drogendelikts zu einer Geldstrafe verurteilt. Da der 40-Jährige das Geld auch jetzt nicht aufbringen konnte, muss er nun 60 Tage in Haft. Außerdem fanden die Beamten Heroin bei dem Mann. Er muss sich deshalb erneut strafrechtlich verantworten. In der vergangenen Nacht wurde in eine Tankstelle mit angrenzender Kfz-Werkstatt in Weidnau eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster und diverse Türen auf. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld aus den Kassen. Der angerichtete Sachschaden ist deutlich höher. Er liegt bei etwa 2500 Euro. Die Diskussion um das neue Feuerwehrhaus in Hergards geht weiter. Das Ergebnis der neuen Standortanalyse wolle man noch nicht bekannt geben, so Bürgermeister Uwe Giebel. Aber er halte eine Lösung mit zwei Feuerwehrhäusern nicht für ausgeschlossen. Wie berichtet, hatte die Gemeinde geplant, die Feuerwehren Maria Tann und Wombrechts aus Kostengründen in eine Einsatzzentrale zusammenzulegen. Das stieß jedoch bei den Feuerwehren auf Kritik. Auch das Landratsamt hat die Beschlüsse der Gemeinde beanstandet. Die Gemeinde klagt deshalb gegen das Landratsamt. Das Verfahren ruht aber derzeit. Innenstadtbürgermeister Armin Schaub will weiterhin ein Hotel in Bühl. Die Stadt habe bislang rund 14 Millionen Euro in die Hand genommen, um den Tourismus in diesem Stadtteil anzukurbeln. Man könne es sich daher schlichtweg nicht leisten, das Angebot nicht weiter auszubauen. Falls ein Investor auf ihn zukomme, habe er die Pflicht, die Pläne dem Stadtrat vorzustellen, so Schaub. Ein geplantes Hotel am Alpsee war im Januar gescheitert, weil sich die Mehrheit der Immenstädter bei einem Bürgerentscheid deutlich gegen das Projekt ausgesprochen hatte. Die Stadt Kempten erhält Fördergelder für die Sanierung der maroden König-Ludwig-Brücke. Das hat jetzt der Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner bestätigt. Der Bund fördert das Bauprojekt mit 2,2 Millionen Euro. Wie berichtet, ist die Brücke aus Sicherheitsgründen seit 2013 gesperrt. Radfahrer und Fußgänger müssen seitdem über die obere Illerbrücke ausweichen. Da sich die Betroffenen immer wieder über den engen Weg und die mangelnde Sicherheit beschwert haben, will die Stadt im Herbst ein Geländer am Bordstein befestigen. So soll verhindert werden, dass Passanten auf die Fahrbahn stürzen. Soweit die Meldungen vom 16. Juli und jetzt der Blick auf den Allgäuer Sommer. Nach dem sonnigen Tag heute bleibt es auch in der Nacht sehr warm. Die Temperaturen sinken nur auf 20 bis 23 Grad. Es ziehen einige harmlose Wolkenfelder durch, aber größtenteils bleibt der Himmel sternenklar. Der Freitag startet mit viel Sonnenschein. Es wird schon vormittags sehr warm. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad. Von Osten her ziehen einige Wolkenfelder auf. Am Alpenrand kann es abends einzelne Wärmegewitter geben. Die Allgäuer Berge bieten morgen wieder beste Bedingungen für Wanderer und Naturfreunde. Bis auf einige harmlose Wolken ist es morgens sonnig auf den Gipfeln. Am Tegelberg werden bis zu 28, am Gründen sogar Spitzenwerte um 31 Grad erreicht. Zum Wochenende wird das Wetter etwas schlechter. Am Samstag ist es vormittags noch sonnig und warm. Am Abend kann es kräftige, teils unwetterartige Gewitter geben. Am Sonntag kühlt es deutlich ab. Es kann immer wieder regnen. Am Montag meldet sich aber der Sommer zurück. Das Quecksilber klettert bis auf 28 Grad. Der Flüchtlingsstrom nach Deutschland reißt nicht ab. Immer mehr Menschen aus Krisenländern suchen hier bei uns Schutz, Hilfe und ein Dach über dem Kopf. Doch vor allem Letzteres ist häufig ein Problem. Denn verfügbarer Wohnraum ist knapp und wird immer knapper. In Immenstadt werden Asylbewerber deshalb ab heute in einer Turnhalle untergebracht. Verhältnisse, die man im Landkreis Lindau nicht haben will. Landrat Elmar Stegmann hat deshalb noch einmal an die Gemeinden, aber auch an Wohnungsinhaber appelliert. Der Bayernpark in Lindenberg. 108 Wungalos im Besitz der Stadt. Wo früher Urlauberstammgäste waren, könnten heute Asylbewerber untergebracht werden. Das Problem? Die Stadt will das renovierungsbedürftige Gelände verkaufen. Gespräche mit einem möglichen Investor laufen bereits. Und deshalb können hier derzeit keine Flüchtlinge untergebracht werden. 108 Unterkünfte, auf die der Landkreis verzichten muss. Dabei ist Wohnraum für Asylbewerber knapp. Bisher nahm die Regierung von Schwaben Rücksicht auf die Nöte des Landkreises und wies so manchen Flüchtlingen erst später zu. Das soll aufgrund der Anzahl der Bedürftigen künftig nicht mehr möglich sein. Landrat Elmar Stegmann schlägt Alarm. Herr Stegmann, wie läuft denn die Verteilung von Asylbewerbern im Moment ab? Wir verfolgen bei uns im Landkreis Lindau das Konzept der sogenannten dezentralen Unterbringung. Das heißt, wir schaffen keine großen Sammeleinrichtungen, sondern versuchen die Flüchtlinge im gesamten Landkreis verstreut in allen Städten und Gemeinden ganz normal in Wohnungen unterzubringen. Wir versprechen uns davon, dass vor Ort eine bessere Integration der Menschen erfolgt. Und vor allen Dingen wollen wir auch keine sozialen Brennpunkte schaffen. Das ist uns bisher ganz gut gelungen. Wir haben in 15 von 19 kreisangehörigen Städten und Gemeinden Wohnungen gefunden. In vier Gemeinden ist es uns bis heute noch nicht gelungen. Woran scheitert es da in diesen Gemeinden? Das hängt zum einen zusammen mit der Mietsituation vor Ort, mit dem Preisniveau. Es gibt eine Gemeinde am Bodensee, wo das Mietniveau enorm hoch ist und wo auch kaum Wohnungen verfügbar sind. Und in anderen Fällen wünschen wir uns einfach noch ein bisschen mehr Engagement von der jeweiligen Gemeinde heraus, uns da noch mehr zu unterstützen. Auch von den Kirchengemeinden dürfte da durchaus noch etwas mehr Engagement kommen, weil ich finde, es ist eine Frage der Solidarität unter den Städten und Gemeinden im Landkreis, dass eben jeder seinen Beitrag dazu leistet und wir dann gleichmäßig in allen Städten und Gemeinden, je nach Leistungsfähigkeit, Wohnungen anmieten können. Im Oberallgäu versucht man nach so einer Quote zu arbeiten. Das heißt, so und so viel Prozent der Bevölkerung soll dann auch an Asylbewerbern aufgenommen werden. Gibt es das hier im Linder auch? Wir haben allen Städten und Gemeinden mitgeteilt, wie hoch ihre Aufnahmeverpflichtung, wenn man denn eine Quote zugrunde legen würde, wäre. Das wissen alle Städte und Gemeinden, aber das wird sich wohl in der Praxis nicht so umsetzen lassen. Es gibt manche Orte, da gelingt es uns leichter, Wohnungen zu finden. Dort scheint das Angebot vor Ort größer zu sein. Und deswegen übersteigen manche diese fiktive Quote in anderen Städten und Gemeinden, liegen wir drunter. Manche haben ja, wie gesagt, noch gar keine Flüchtlinge aufgenommen. Und ich versuche jetzt durch diesen Appell nochmal zu erreichen, dass wirklich alle Bürgermeister das bei sich zur Chefsache machen und schauen, wo können wir in unserer Gemeinde noch Wohnraum akquirieren. Sie nehmen schon vorweg, Sie haben einen Appell an die Bürgermeister gerichtet. Woran appellieren Sie? Ja, an den Solidaritätsgedanken. Es gibt, wie gesagt, bei uns zwei Städte und Gemeinden, das ist die Stadt Lindenberg und die Gemeinde Scheidegg, die schon seit Jahrzehnten staatliche Unterkünfte mit Flüchtlingen betreiben und in ihrem Ort haben. Und die haben jetzt auch noch zusätzlich Flüchtlinge aufgenommen. Und in anderen Orten, da hinkt man auch deutlich hinterher. Und da erwarte ich mal einfach aus der Solidarität im Landkreis heraus, dass man sich hier vor Ort noch mehr engagiert. Ich habe den Bürgermeistern auch gesagt, wenn es vor Ort keine Wohnungen gibt, könnte ja die Gemeinde überlegen, ob sie dem Landkreis im Wege von Erdbaupacht ein Grundstück zur Verfügung stellt, sodass wir in einfacher Bauweise dort Gebäude errichten können, um Flüchtlinge unterzubringen. Wie prekär ist denn die Situation? Wir haben die Lage noch im Griff und ich bin auch überzeugt, es wird auch eine Zeit lang noch funktionieren. Aber keiner von uns weiß, was auf uns noch zukommen wird. Der Flüchtlingsstrom aus den afrikanischen Ländern, aber auch aus dem nahen mittleren Osten, hält nach wie vor ungebrochen an und wir merken auf der anderen Seite, dass die Verfahren kaum bearbeitet werden. Es sind kaum Verfahren bislang im Landkreis Lindau vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgeschlossen worden. Es wurden bisher kaum Flüchtlinge zurückgeführt und es führt natürlich dazu, dass sich die Situation vor Ort immer mehr verschärft. Deshalb erwarten wir, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge endlich zügiger die Fälle abarbeitet, zügiger entscheidet, damit man zum Ergebnis kommt. Jawohl, jemand genießt in Deutschland Asylrecht und bekommt einen dauerhaften Status oder aber er muss in einen sicheren Drittstaat oder in sein Heimatland zurückkehren. Und das muss einfach noch schneller entschieden werden, damit dann wieder Platz für neue Flüchtlinge geschaffen werden kann. Sie haben gesagt, dieses Amt sind auf der Suche nach Wohnraum. Was muss das denn für Wohnraum sein? Wir mieten ganz normal Wohnungen im Landkreis an. Jetzt ist es natürlich nicht praktisch für Einzelpersonen, Wohnungen anzumieten, sondern es sollten natürlich schon größere Wohnungen sein, wo man gleich mehrere Flüchtlinge unterbringen kann. Und wir bezahlen dort die ortsübliche Miete vielleicht noch einen kleinen Aufschlag dazu, weil natürlich durch den häufigeren Mieterwechsel die Wohnung vielleicht eher abgenutzt wird. Aber das sind so die Modalitäten bei uns. Was wir nicht machen, wir unterstützen keine Glücksritter, die hier Fantasiemieten verlangen. Diese Fälle gibt es auch, wo dann versuchen, die letzte Bruchbude an den Mann zu bringen. Darauf lassen wir uns nicht ein, sondern wir bezahlen die ortsübliche Miete mit einem kleinen Aufschlag. Das heißt, wie viele Leute sollten da unterkommen können? Minimum sechs bis zwölf Personen. Das wären so diese Größen, mit denen wir arbeiten. Im Einzelfall vielleicht auch mal etwas größer oder etwas kleiner, aber vielleicht in dieser Größenordnung wäre es sehr hilfreich. Sie haben gesagt, der Strom an Flüchtlingen ist nicht ganz abschätzbar, was jetzt dann tatsächlich noch kommt. Wäre es auch wieder ein Weg zurück von diesen dezentralen Unterkünften zurück zu Gemeinschaftsunterkünften? Wir versuchen diesen Weg so lange zu vermeiden, wie es nur irgendwie geht. Denn überall dort, wo es diese Sammelunterkünfte gibt, das können wir täglich in den Medien nachverfolgen, gibt es eben Probleme. Da gibt es Probleme untereinander. Das ist natürlich ganz normal, wenn unterschiedlichste Nationen auf einem Fleck leben, dass es dann Konflikte gibt und es ist auch nicht immer ganz spannungsfrei mit der Nachbarschaft. Und das wollen wir vermeiden. Wir wollen möglichst ein normales Umfeld schaffen in den normalen Wohngebieten und haben bisher auch die positive Erfahrung damit gemacht. Wir haben im Landkreis Lindau keine Probleme. Ich bekomme regelmäßig Statistiken von der Polizei. Und da bekomme ich eben bescheinigt, im Landkreis Lindau gibt es keine Probleme. Und das führe ich mit auf unser Konzept zurück. Und ein weiterer großer Vorteil ist, dass sich im Landkreis Lindau mittlerweile über 200 Menschen ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Sie sind bereit, vor Ort in diesen kleinen Einrichtungen mitzuhelfen, den Flüchtlingen zur Hand zu gehen, Ihnen zu erklären, wie in Deutschland das sogenannte Way of Life funktioniert. Und ich glaube, das gelingt einem nur dann, wenn man kleine Einheiten hat. Und deswegen wollen wir, solange es nur irgendwie geht, an diesem Konzept festhalten. Also keine Gemeinschaftsunterkünfte, keine größeren und auch keine Turnhallen, wie es jetzt zum Beispiel im Oberallgäu kommt. Das ist etwas, was wir bislang vermeiden konnten. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, wenn wir weiter Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommen, auch künftig vermeiden können. Herr Stegmann, ich bedanke mich für das Gespräch und gebe zurück ins Studio. Ganz vielen Dank, Sebastian Zausch. Und wir sehen uns gleich mit Bilder davon, wie eine Schule aussehen kann, wenn die Schüler sie verschönern. Erleben Sie einen einmaligen Kunstgenuss. Entdecken Sie die Vielfalt der Spätgotik im Alpenraum. Die Alpenländische Galerie im Historischen Marschstall in Kempten. Jetzt erleben! Hör mal zu, mein Junge. Solange du die Füße unter meinem Tisch hast, tust du, was ich sage. Ja, der Tisch ist genau richtig. XXXLutz in Kempten feiert große Neueröffnungen mit sensationellen Eröffnungsangeboten. XXXL, mein Einrichtungshaus. GRIESTI DE, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Sie haben Fragen zu Rente, Behinderung und Pflege? Wir kümmern uns mit Ihnen darum. Sozialrechtsberatung mit Herz und Verstand. Werden Sie Mitglied beim VdK. Wir helfen Ihnen weiter, wenn es um Rente, Behinderung und Pflege geht. Inhofers verrückte Schatzsuche. Machen Sie mit und finden Sie den Schatz im Wert von 25.000 Euro. Die Inhofers verrückte Schatzsuche täglich auf das neue RSA Radio. Alle Infos unter inhofersverrückteschatzsuche.de Möbel Inhofer, Europas größte Wohnwelt, nur im Senden. The Blues Brothers, die legendäre Kultshow mit viel Musik, Gesang und Tanz. Über 100 Mitwirkende des spielfreudigen Ensembles sorgen beim Publikum für ausgelassene Stimmung. Erleben Sie auf der Freilichtbühne mitreißende Musik, kultige Songs, grandiose Tänze, ein farbenprächtiges Bühnenbild und wilde Verfolgungsjagden. The Blues Brothers, das müssen Sie gesehen haben. Die Schule müsste der schönste Ort in jeder Stadt und in jedem Dorf sein. So schön, dass die Strafe für undisziplinierte Kinder darin bestünde, am nächsten Tag nicht in die Schule gehen zu dürfen. Das schrieb einmal Oscar Wilde. Doch wenn wir ehrlich sind, viele Schulen sind von dieser besagten Schönheit weit entfernt. So auch die Grund- und Mittelschule Altusried. Zumindest bis jetzt. Denn die Schüler haben dort die Initiative ergriffen. Sie beschlossen, selbst anzupacken und etwas gegen das in die Jahre gekommene Erscheinungsbild ihrer Schule zu tun. Die alte Schule war für mich eher grau. Also es war einfach nicht schön. Grau. Und langweilig. Es sah langweilig aus. Langweilig. Es war alles alt und grau. Es war halt nicht so wie jetzt. Ich jetzt finde es viel fröhlicher und man hat Spaß, in die Schule zu kommen. Tschüss grau. Hallo farbenfrohes Grün. Von der alten, tristen Schulfassade ist inzwischen nur noch wenig zu sehen. Die Wand ist frisch gestrichen, inklusive Logo der Schule. Seit Montag arbeiten die Kinder und Jugendlichen der Grund- und Mittelschule Altusried am Aussehen des Gebäudes. Alle Schüler, insgesamt 430, beteiligen sich an der Projektwoche. Die Idee dazu kam der Kreativ AG. Die teilnehmenden Schüler investierten immer wieder Zeit in die Schulgestaltung. Dabei erkannten sie allerdings recht schnell, alleine ist so eine Umgestaltung nicht zu meistern. Und dann hat man mal geguckt, seit wann so Kunstwerke hängen, die schon länger hängen. Dann haben wir mal aufs Datum geschaut, so 1999, 1998 und dann haben wir gedacht, so langsam sollte sich mal wieder was ändern. Das hat jetzt mit den Schülern, die hier sind, gar nichts mehr zu tun. Und daraufhin haben wir dann gesagt, super, dann machen wir eine ganze Woche draus und versuchen Grund- und Mittelschule mit reinzupacken und eine Kreativwoche draus zu machen. Und so wurde das 40-jährige Bestehen der Schule zum Anlass für die Umgestaltung genommen. Passend dazu gestaltet diese Gruppe eine Jubiläumsbank, natürlich schön bunt. Außerdem entsteht hier ein Holzspül für den Pausenhof. Eine Türe weiter sind diese Mädchen fleißig am Nähen. Sie gestalten Sitzsäcke für die Aula der Schule. Am Anfang war ein bisschen so kreatives Chaos, weil niemand wusste, wo kommt was hin, wie läuft's. Und seit Dienstag, seit dem zweiten Tag, ist es eine ganz tolle, kreative Schaffens- die Arbeiten einfach. Und es ist ruhig, es ist friedlich, keiner streitet sich, jeder weiß, was er zu tun hat. Es ist eine ganz tolle Stimmung. Also ich fand es gut, dass die Schüler zusammengearbeitet haben. Also es macht auch riesen Spaß. Dann sieht man halt jetzt, dass die Großen und die Kleinen mehr zusammenarbeiten. Während der Projektwoche findet kein Unterricht statt. So soll die Kreativität nicht unterbrochen werden. Bisher läuft die Umgestaltung nach Plan, abgesehen von kleinen Herausforderungen. Wenn man eine Farbrolle ausgewaschen hat, nicht mit der nassen Farbrolle durch die ganzen Gänge läuft, weil dann hat man auch die ganze Farbspur hinter sich hergezogen. Oder dass man eben aufpassen muss, dass die Konturen gut gezeichnet sind. Wir haben bei einigen Konturen, zum Beispiel bei unserem Schullogo festgestellt, wir können es tagsüber gar nicht an die Wand machen, weil der Beamer, beziehungsweise der Tageslichtprojektor, der das Bild hinprojiziert, tagsüber nicht zu sehen ist. Das heißt, das mussten wir natürlich dann abends machen. Doch die Mühe hat sich gelohnt. Die Schüler sind zufrieden mit dem Ergebnis. Also wenn man jetzt hinkommt, direkt vom ersten Augenblick, wird man auch gleich fröhlicher. Und das ist einfach viel schöner, da hinzugehen auch. Wenn ich weiß, dass die Schule bunter ist, dann gehe ich auch lieber zur Schule. Jetzt, wenn man halt in die Schule kommt, sieht es so farbenfroh aus. Und da merkt man dann halt gleich, dass Schule ein bisschen mehr Spaß macht, wenn so viel Farbe im Spiel ist. Und dass auch manche ihre Klassenzimmer streichen für die Neuen, die aus der Grundschule kommen und so zu sagen. Und halt, dass man auch nicht immer Unterricht hat permanent. Ja, also ich finde jetzt die Projektwoche gut. Man könnte sagen, ein Beispiel, das Schule machen sollte. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Wir schauen auf morgen. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Nur noch wenige Wochen und dann heißt es im Allgäu wieder auf zur Kempner Festwoche. Morgen ist die große Vorab-Pressekonferenz mit Antworten auf Fragen wie, was ist neu, was ist wo oder auch, wer kommt. Mehr dazu morgen in den ATV-Nachrichten. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017